recht herzlich willkommen zur 42 folge vom planet nomads es gibt eine neue version 0.8.5 haben solarzellen eingebaut eine wasserpumpe und andere verbesserungen gab es auch ein bisschen ausbalanciert das spiel und so ja und dann sind wir jetzt unterwegs um silizium und kohlenstoff zu kriegen oder kohle kohlenstoff kohle wahrscheinlich und gucken wir hier oben mal vorbei da sind ressourcen ist das eine pflanze oder sind das tiere ich glaube es sind pflanzen die so sind weil auf anderen seite waren ja moskitos oder so die uns dann auch angegriffen haben ich glaube das ist muss man näher viermal biomasse mehr war doch nicht die pflanze dahinter jetzt gehen sie weg die glühwimmchen oder was auch sind jetzt wollen wir das hier noch ab ist da drin aluminium und silber brauchen wir gerade nicht wir brauchen andere ressourcen gucken wir einmal hier oben was da so los ist dicke bäume irgendwelche geräusche sind da von tieren oder so da unten sind die bieten oder was es auch sind oder mücken keine ahnung da ist ein gorilla oder so was lass uns lieber zurückgehen und ich glaube das ist nicht gut wenn wir da sind ich glaube wir bauen dann hier vielleicht ab oder gucken wir mal was die erde uns hier bringt loch graben batterie leer läuft da müssen wir auch noch was machen aber hier gibt es keine ressourcen doch da fällt einer runter das ist das was wir brauchen silizium gut jetzt kommen wir hier gerade nicht weg ausgang bauen so jetzt geht es da ist noch was runter gefallen was war das noch mal zweimal ok dann müssen wir mal gerade ins inventar gucken um zu schauen was wir hier lassen können bzw wogegen wir uns entscheiden aluminium ernährungskapseln da können wir eigentlich eine essen oder kriegen war aus dauer wieder oder wie soll man das nennen das ist ein rahmen panzerung zwei verschiedene was tun wir weg die brauchen wir nein das ist panzerung das sind die rahmen was können wir weglassen tja eigentlich möchte ich nichts weg tun weißt du was wir können mal gerade runter gehen und in den 3d drucker gucken ob wir da noch was lassen können was war jetzt ok wenn schon wieder durst wir lassen erstmal die biomasse hier das geht auch genau die kriegen wir ja auch überall werden und dann nehmen wir das silizium mit das brauchen wir nähe nicht eben ist drücken und das auch biomasse kriegen wir überall dann gucken wir dass wir noch ein bisschen mehr von dem silizium kriegen funktioniert irgendwie gerade nicht jetzt ist schon wieder batterie leer da ist rausgefallen das muss aber was anderes sein eisen gibt es hier auch noch ja dann gehen wir erst mal runter einmal zum 3d drucker und gucken was da geht aber jetzt trinken wir erst mal gerade was wir haben ja noch da obwohl es wäre noch genug aber kriegen wir trotzdem was oder wenn wir noch frosche im hals wieder mal so da gucken wir mal rein da ist ein platz frei und dann packen wir das aluminium da rein da haben wir noch zwei plätze dann machen wir das selber rein und dann können wir da oben das aufsammeln geht oder oh da ist auch noch ressource was ist das eisen kohle und eisen ok gut wo war das loch jetzt ach so da weiter links genau so dann sind die container da oder nicht ja sie sind noch da die biomasse und das eisen drücken nehmen wir auch das nicht mit weil kein platz ok dann buddeln wir weiter eisen gibt es noch wir brauchen leider was anderes immer die batterie wieder leer da müssen wir dran arbeiten ja sowas runter gefallen das ist selber ok aber auch im moment nicht batterie wieder leer immer wieder leer batterie da müssen wir unbedingt was machen super läuft da haben wir silizium einmal gehabt reisen hoch das sind der schicht batterie muss ich aufladen da haben wir eisen da ist was raus geflogen das ist kobalt ok und aluminium noch mehr von den zeug ok aluminium und kobalt ok ich glaube da müssen wir was weg bringen damit was bauen dann schauen wir weiter so aluminium kohle ein platz ist noch frei dann machen wir das silizium da rein dann silber nehmen wir wieder raus das brauchen wir gerade nicht dann brauchen wir glaube ich noch elektronische teile zweites mal da fehlt uns die kohle die haben wir aber hier können wir da reinpacken jetzt geht's was wollen wir noch bauen lass uns mal gerade hier mal rein gucken wo das solar panel ist da drei rahmen zwei platten zwei elektrische teile und drei komponenten eigentlich müsste das solar was ist das förderband das ist neu oder einmal acht einmal vier oder ne warte diese gab es nur in klein die sind jetzt länger ne 3 2 2 3 und der generator haben wir doch auch schon gehabt ne uranium generator ok das ist jetzt mehr auf jeden fall hier ist der bio generator ne der hat weniger er hat einen rahmen weniger und einen keine ahnung was es für komponenten da sind von jedem zwei dann brauchen weniger so wird man das erst bauen also zwei von den klamotten hier zwei rahmen zwei panzerungen haben wir eine brauche man noch von elektronischen teilen und zwei von den anderen komponenten diese einen davon also da einen von und die zusammengesetzte sind das okay davon brauchen wir zwei jetzt aber kein platz im gerät mehr oder genau wo ist das da sind die packen wir da ein da fehlt silizium was fehlt uns jetzt silizium wir brauchen mehr silizium ja dann gehen wir zurück oder aber wir müssen erst noch was hier lassen da war noch platz oder ne doch nicht ist alles voll das können wir noch stapeln und dann können wir das silber hier lassen so gehen wir zurück und bauen noch silizium ab wollen wir hoffen dass wir das rauskriegen so da ist unser loch das war aluminium und kobalt und das kobalt fällt wieder runter ja das brauchen wir jetzt nicht ne was war das kobalt da gab es eisen batterie wieder leer ja ja nun recht sind wir auch eisen gefunden und und mal was trinken auf jeden fall und naja bauen wir weiter ab batterie leer was ist das gewesen silizium gut irgendwas hier lassen ich glaube das aluminium schmeißen wir raus oder und nehmen das silizium mit dann bauen wir noch was ab ja ja schon wieder die batterie leer und da kam was raus kobalt ok reisen und und batterie wieder leer silizium war da dran drei wieder leer man reisen wo ist das silizium ist hier nicht eine ganze schicht von tja das mit der batterie schon nervig jetzt reisen da drunter sieht alles nur so aus ist aber gar nichts drunter da ist nochmal silizium hat gewesen batterie wieder voll reisen silizium und was war das kohle ok ja kohle brauchen wir eigentlich auch was lassen wir dafür hier dass die frage das könnten wir jetzt essen oder genau das essen wir jetzt und dann haben wir einen platz frei dann können wir auch die kohle nehmen wunderbar jetzt gehen wir erst zurück da zum 3d drucker ja dann brauchen wir da noch eine komponente die läuft kein platz mehr äh lithium einmal rausnehmen dann kriegen wir das zeug dann können wir das stecken und das selizium wieder rein und dann haben wir alles oder jetzt können wir den bio generator machen oder b die 0 und 0 0 ja da ist er jetzt müsste man nur eine fläche haben wo man hinstellt ne wo können wir denn am besten hinstellen da glaube schon ne machen wir da hin und fertig t um das abzuwählen und dann können wir das bauen und fertig ist er gut dann können wir den jetzt öffnen haben keine biomasse hier die ist hier drinnen da müssen wir die rausnehmen ein teil auf jeden fall das war alles falsche taste steuerung ne steuerung ist es auch nicht shift auch nicht aber nur die linke seite geht alles klar gut dann nehmen wir ein bisschen mit und dann packen wir das da rein so dann haben wir da auch saft jo dann sind wir auf einem guten weg aber für die folge soll das erstmal reichen ich bedanke mich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss jetzt